Thomas Harris, Das Schweigen der Lämmer, drittes Kapitel Dr. Lectors Zelle lag weit hinter den anderen, blickte nur auf einen Wandschrank auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors und war auch sonst einzigartig. Die Vorderseite bestand aus einer Gitterwand, doch direkt hinter den Gitterstäben, in einer Entfernung, die größer war als die menschliche Reichweite, befand sich eine zweite Schranke, ein vom Boden zur Decke und von Wand zu Wand gespanntes kräftiges Nylonnetz. Hinter dem Netz konnte Starlink einen am Boden festgeschraubten Tisch erkennen, auf dem sich Taschenbücher und Zeitungen stapelten und einen geraden, ebenfalls festgeschraubten Stuhl. Dr. Hannibal Lecter selbst lag auf seiner Pritsche gestützt und las in der italienischen Ausgabe der Vogue. Er hielt die losen Seiten in der rechten Hand und legte sie mit der linken nacheinander neben sich. An der linken Hand hatte Dr. Lecter sechs Finger. Clavis Starling blieb in einiger Entfernung vor dem Gitter stehen, etwa der Länge eines kleinen Foyers entsprechend. Dr. Lecter! Ihre Stimme kam ihr normal vor. Er sah von seiner Lektüre auf. Eine angespannte Sekunde lang glaubte sie, dass sein Blick summte, doch was sie hörte, war nur ihr Blut. Ich heiße Clavis Starling. Darf ich mich mit denen unterhalten? Ihre Entfernung und ihr Ton beinhalteten Höflichkeit. Dr. Lecter erwog dies, den Finger gegen die geschürzten Lippen gepresst. Dann nahm er sich beim Aufstehen Zeit und kam in seiner Gitterzelle mit sanften Bewegungen nach vorn. Ohne das Nylon-Netz anzusehen, hielt er jeder vor inne, als würde er die Entfernung selbst wählen. Sie konnte sehen, dass er klein und geschmeidig war. In seinen Händen und Armen erkannte sie drahtige Kraft. Guten Morgen, sagte er, als hätte er die Tür geöffnet. In seiner kultivierten Stimme schwank ein leichtes metallisches Schnarren mit. Dr. Lecters Augen waren kastanienbraun, und sie spiegelten das Licht in roten, winzigen Punkten. Manchmal schienen die Lichtpunkte wie Funken in seine Iris zu sprühen. Seine Augen umfassten Starling ganz. In abgemessener Distanz kamen sie näher an die Gitterstäbe heran. Die Härchen auf ihren Vorderarmen stellten sich auf und drückten gegen ihren Ärmel. Doktor, wir haben ein schwieriges Problem bei der Erstellung psychologischer Diagramme. Ich möchte Sie um Hilfe bitten. Wobei wir die Abteilung für Verhaltensforschung in Quantico ist. Sie gehören zu Jack Crawfords Leuten, nehme ich an. Das tue ich, ja. Darf ich Ihre Ausweispapiere sehen? Darauf war sie nicht gefasst. Ich habe sie, ich habe sie im Büro vorgezeigt. Sie wollen damit sagen, Sie haben sie Dr. Phil Frederick Chilton gezeigt. Ja, haben Sie seine Papiere gesehen? Nein, die Akademischen geben keinen umfassenden Lesestoff ab. Das kann ich Ihnen sagen. Sind Sie Ellen begegnet? Ist er nicht reizend? Mit welchem von Ihnen würden Sie lieber sprechen? Alles in allem würde ich sagen mit Ellen. Sie könnten eine Reporterin sein, die Chilton für Geld hereingelassen hat. Ich glaube, ich bin dazu berechtigt, Ihre Ausweispapiere zu sehen. Na gut. Sie hielt ihren laminierten Ausweis hoch. Aus dieser Entfernung kann ich ihn nicht lesen. Schieben Sie ihn bitte durch. Das kann ich nicht. Weil er hart ist. Ja. Fragen Sie Barney. Der Pfleger kam und dachte nach. Dr. Lecter, ich werde den Ausweis durchschieben. Wenn Sie ihn aber nicht zurückgeben, wenn ich Sie darum bitte. Wenn wir alle Mann bemühen müssen, um Sie fesseln zu müssen, um ihn zu kriegen, dann werde ich sauer sein. Wenn Sie mich so weit bringen, bleiben Sie eingemummt, bis ich wieder besser auf Sie zu sprechen bin. Mahlzeiten durch den Schlauch, Gummihosen zweimal täglich gewechselt, der ganze Kram. Und ich werde Ihre Post eine Woche lang einbehalten. Kapiert? Gewiss, Barney. Die Karte rollte auf dem Tablett durch und Dr. Lecter hielt sie ans Licht. Eine Auszubildende. Hier steht Auszubildende. Jack Crawford hat eine Auszubildende geschickt, um mich zu befragen. Er klopfte mit der Karte gegen seine kleinen weißen Zähne und atmete ihren Geruch ein. Dr. Lecter, sagte Barney. Natürlich. Er legte die Karte in das Tablett zurück und Barney zog es nach draußen. Ich bin noch in der Ausbildung an der Akademie, ja, sagte Starling. Aber wir diskutieren hier nicht über das FBI. Wir unterhalten uns über Psychologie. Können Sie selbst feststellen, ob ich in dem Fach qualifiziert bin, über das wir uns unterhalten? Hm, meinte Dr. Lecter. Eigentlich ist das ziemlich gerissen von Ihnen. Barney, glauben Sie, Officer Starling könnte einen Stuhl haben? Dr. Chilton hat mir nichts von einem Stuhl gesagt. Was sagen Ihnen denn Ihre Manieren, Barney? Hätten Sie gern einen Stuhl? Fragte Barney sie. Wir hätten einen haben können, aber er kriegt ja nie. Also, gewöhnlich muss keiner so lang bleiben. Ja, danke, sagte Starling. Barney brachte einen Klappstuhl aus dem abgeschlossenen Wandschrank auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors, stellte ihn auf und ließ sie allein. Nun, sagte Lecter und setzte sich seitwärts an seinen Tisch, um ihr das Gesicht zuzuwenden. Was hat Mix zu Ihnen gesagt? Wer? Der multiple Mix in der Zelle dort unten. Er hat sie angezischt. Was hat er gesagt? Er sagte, ich kann deine Fotze riechen. Ah, ja, ich selbst kann es nicht. Sie benutzen Evian Hautcreme und manchmal tragen sie L'air du Tant, aber nicht heute. Heute sind sie entschieden unparfümiert. Was meinen Sie denn zu dem, was Mr. Mix gesagt hat? Er ist aus Gründen feindselig, die ich nicht kennen kann. Es ist zu dumm. Er ist feindselig gegen Leute. Leute sind feindselig gegen ihn. Es ist eine Schleife. Sind Sie ihm feindlich gesinnt? Es tut mir leid, dass er gestört ist. Darüber hinaus bedeutet er Lärm. Wie haben Sie von dem Parfum gewusst? Ein Hauch aus Ihrer Tasche, als Sie die Karte herausholten. Ihre Tasche ist schön. Danke. Sie haben doch Ihre beste Tasche gebracht, oder? Ja. Es stimmte. Sie hatte für die klassische sportliche Handtasche gespart. Es war das beste Stück, das sie besaß. Sie ist viel besser als Ihre Schuhe. Vielleicht bringen die es auch noch so weit. Das bezweifle ich. Haben Sie die Zeichnungen an Ihren Wänden gemacht, Doktor? Glauben Sie, ich habe ein Dekorateur kommen lassen? Ist die über dem Waschbecken eine europäische Stadt? Ja, es ist Florenz. Das ist der Palazzo Vecchio und der Duomo, vom Belvedere aus gesehen. Haben Sie das aus dem Gedächtnis gezeichnet? Die ganzen Details? Gedächtnis ist das, Officer Starling, was ich statt einer Aussicht habe. Ist die andere eine Kreuzigung? Das mittlere Kreuz ist leer. Es ist Golgatha nach der Kreuzabnahme, ja. Zeichenkreide und Textmarker auf Einwickelpapier. Was der Dieb, dem man das Paradies versprochen hatte, wirklich bekam, als sie das Osterlamm wegführten. Und was war das? Man brach natürlich seine Beine, genau wie bei seinem Gefährten, der sich über Christus lustig machte. Ist Ihnen das Evangelium des heiligen Johannes denn gar kein Begriff? Dann schauen Sie sich mal Duccio an. Er malt exakte Kreuzigungen. Wie geht es Will Graham? Wie sieht er aus? Ich kenne Will Graham nicht. Sie wissen, wer er ist. Jack Crawfords Protégé. Der vor Ihnen. Wie sieht sein Gesicht aus? Ich habe ihn nie gesehen. Man nennt dies alte Beziehungen berühren, Officer Starling. Das macht Ihnen doch wohl nichts aus. Schläge des Schweigens. Und sie riskierte es. Oh, besser noch als das. Wir könnten uns hier auf altes, Sie berührendes beziehen. Was ich mitgebracht habe. Nein, nein. Das ist dumm und falsch. Gebrauchen Sie Witze nie zum Parieren. Hören Sie, eine witzige Bemerkung zu begreifen und darauf zu antworten, bringt Ihr Gegenüber dazu, die Situation rasch und gesondert zu prüfen, was der Stimmung abträglich ist. Wir bewegen uns nämlich auf der Planke der Stimmung entlang. Sie hatten es gut gemacht. Sie waren liebenswürdig und für Liebenswürdigkeit empfänglich. Sie bewiesen dadurch Vertrauen, dass Sie die peinliche Wahrheit über Mix gesagt haben. Und dann kommen Sie mit einer ungeschickten, witzigen Einleitung zu Ihrem Fragebogen daher. Nein, das genügt nicht. Dr. Lecter, Sie sind ein erfahrener klinischer Psychiater. Meinen Sie, ich sei dumm genug zu versuchen, Ihnen mit irgendeiner Art von Stimmungsmasche zu kommen? Trauen Sie mir doch einfach ein bisschen was zu. Ich bitte Sie, den Fragebogen zu beantworten. Und das tun Sie oder auch nicht? Wäre es denn so schlimm, sich das Ding anzusehen? Officer Starling, haben Sie irgendeines der Schriftstücke gelesen, die unlängst aus der Abteilung für Verhaltensforschung gekommen sind? Ja. Nun, ich ebenfalls. Das FBI weigert sich dummerweise, mir das Law Enforcement Bulletin zu schicken. Aber ich bekomme es von altwaren Händlern. Und ich habe die News von John Jay und die psychiatrischen Journale. Sie teilen die Leute, die Mordserien verüben, in zwei Gruppen. Organisierte und desorganisierte. Was halten Sie davon? Es ist grundlegend. Offensichtlich sind Sie stark vereinfachend, ist der Begriff, den Sie suchen. In der Tat ist ein Großteil der Psychologie kindisch, Officer Starling. Und die in der Abteilung für Verhaltensforschung praktizierte, steht auf einer Stufe mit Phrenologie. Als erstes bekommt die Psychologie kein sehr gutes Material. Gehen Sie zur psychologischen Fakultät eines x-beliebigen College und sehen Sie sich die Studenten und den Lehrkörper an. Funk-Amateur-Fans und sonstige Enthusiasten, denen es an Persönlichkeit mangelt. Kaum die besten Hirne auf dem Campus. Organisiert und desorganisiert. Das zeugt nur so von Inkompetenz. Wie würden Sie die Einteilung ändern? Das würde ich gar nicht. Da wir von Publikationen sprechen, ich habe Ihre Artikel über Operationssucht und linksseitige, rechtsseitige Gesichtsentfaltungen gelesen. Ja, Sie waren erstklassig, erwiderte Dr. Lecter. Der Meinung war ich auch. Und Jack Crawford ebenfalls. Er hat mich auf Sie hingewiesen. Das ist der Grund, warum er besorgt ist. Dass Sie... Quarford, der Stoiker ist besorgt? Er muss beschäftigt sein, wenn er Hilfe aus der Studentenschaft heranzieht. Ja, und er möchte mit Buffalo Bill beschäftigt. Das nehme ich an, ja. Nein, nicht das nehme ich an. Officer Starling, Sie wissen sehr wohl, dass es Buffalo Bill ist. Ich war der Meinung, Jack Crawford hätte Sie hergeschickt, um mich darüber auszufragen. Nein. Dann tasten Sie sich also nicht daran heran? Nein. Ich bin gekommen, weil wir Ihre... Was wissen Sie über Buffalo Bill? Keiner weiß viel. Hat alles in den Zeitungen gestanden? Ich denke schon, Dr. Lecter. Ich habe kein vertrauliches Material über diesen Fall gesehen. Meine Aufgabe ist... Wie viele Frauen hat Buffalo Bill erledigt? Die Polizei hat fünf gefunden. Alle abgehäutet? Ja, teilweise. Die Zeitungen haben nie seinen Namen erklärt. Wissen Sie, warum er Buffalo Bill heißt? Ja. Erzählen Sie es mir. Ich werde es Ihnen erzählen, wenn Sie sich diesen Fragebogen anschauen. Ich werde ihn mir anschauen, mir nicht. Na also, warum? Es hat als schlechter Scherz in der Mordkommission von Kansas City angefangen. Ja. Sie nennen ihn Buffalo Bill, weil er seine Beute abhäutet. Starling stellte fest, dass sie das Gefühl, sich zu fürchten, gegen das Gefühl, sich billig vorzukommen, eingetauscht hatte. Von den beiden zog sie das Gefühl der Furcht vor. Schieben Sie den Fragebogen durch. Starling rollte den blauen Abschnitt auf dem Tablett durch. Sie saß still, während Lektor ihn durchblätterte. Er warf ihn in den Behälter zurück. Oh, Officer Starling. Sind Sie der Ansicht, Sie können mich mit diesem kleinen, stumpfen Werkzeug sezieren? Nein. Ich bin der Meinung, Sie können eine gewisse Einsicht beitragen und diese Studie voranbringen. Und was für einen möglichen Grund könnte ich dafür haben? Neugier. Worüber? Darüber, warum Sie hier sind. Darüber, was Ihnen zugestoßen ist. Mir ist nichts zugestoßen, Officer Starling. Ich bin geschehen. Sie können mich nicht auf eine Reihe von Einflüssen reduzieren. Sie haben Gut und Böse für den Behaviorismus aufgegeben, Officer Starling. Sie haben jeden in moralische Gummihosen gesteckt, die behindern. Nichts ist je irgendjemandes schuld. Sehen Sie mich an, Officer Starling. Können Sie es ertragen, zu sagen, ich sei böse? Bin ich böse, Officer Starling? Ich glaube, Sie sind destruktiv gewesen. Das ist für mich dasselbe. Böse ist nur destruktiv? Dann sind Stürme böse, wenn das so einfach ist. Und wir haben Feuer und dann gibt es Hagel. Versicherungsagenten fassen das unter höhere Gewalt zusammen. Vorsätzliche. Ich sammle Kircheneinstürze. Ja, Entspannung halber. Haben Sie den neuesten in Sizilien gesehen? Herrlich. Bei einer besonderen Messe fiel die Fassade auf die 65 Großmütter. War das böse? Wenn ja, wer hat es getan? Wenn er dort oben ist, findet er es einfach toll, Officer Starling. Typhus und Schwäne. Es kommt alles vom selben Ort. Ich kann es Ihnen nicht erklären, Doktor, aber ich weiß, wer es kann. Er gebot mit erhobener Hand Einhalt. Die Hand war wohl geformt, stellte sie fest, und der Mittelfinger perfekt verdoppelt. Es war die seltenste Form von Polydiktalie. Als er widersprach, war sein Ton leise und angenehm. Sie würden mich gern quantitativ bestimmen, Officer Starling. Sie sind so ehrgeizig, nicht wahr? Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Mit Ihrer guten Tasche und Ihren billigen Schuhen? Sie sehen wie ein Bauerntrampel aus. Sie sind ein gut geschrubbter, hastender Bauerntrampel mit ein bisschen Geschmack. Ihre Augen sind wie billige, synthetische Steine, reiner Oberflächenglanz, wenn Sie sich an eine unbedeutende Antwort heranpilschen. Und hinter Ihnen sind Sie gescheit, oder? Verzweifelt darauf bedacht, nicht wie Ihre Mutter zu sein. Gute Ernährung hat Sie mit einem gewissen Körperbau ausgestattet, aber Sie sind erst eine Generation aus den Zechen heraus, Officer Starling. Sind es die Starlings aus West Virginia oder die Starlings aus Okie, Officer? Es war das Hochwerfen einer Münze zwischen College und den Möglichkeiten im weiblichen Armeekorps, nicht wahr? Lassen Sie mich Ihnen etwas Spezielles über Sie selbst sagen, Studentin Starling. In Ihrem Zimmer haben Sie eine Kette aus goldenen Steckperlen und Sie spüren einen hässlichen kleinen Knuff, wenn Sie sich anschauen, wie geschmacklos Sie jetzt sind. Ist dem nicht so? Diese ganzen öden Dankeschöns, dieses ganze aufrichtige Gefummel zu erlauben, einmal für jede Perle ganz verschwitzt und klebrig zu werden. Öde, öde, langweilig. Smart zu sein verdirbt vieles, nicht wahr? Und Geschmack ist nicht nett. Wenn Sie über diese Unterhaltung nachdenken, werden Sie sich an den stummen Schmerz eines verwundeten Tiers in seinem Gesicht erinnern, als Sie ihn los wurden. Wenn schon die Steckperlen geschmacklos geworden sind, was ereilt dann sonst noch das gleiche Schicksal, während Sie vorankommen, erkundigte sich Dr. Lecter in allerfreundlichstem Ton. Starling hob das Gesicht, um ihn anzublicken. Sie sehen sehr viel, Dr. Lecter. Ich werde nichts davon abstreiten, was Sie gesagt haben, doch hier nun die Frage, die Sie mir auf der Stelle beantworten, ob Sie es wollen oder nicht. Sind Sie stark genug, dieses dynamische Wahrnehmungsvermögen auf sich selbst zu richten? Es ist schwer, dem zu begegnen. Ich habe das in den letzten paar Minuten herausgefunden. Wie steht's? Schauen Sie sich an und schreiben Sie die Wahrheit nieder. Was für eine passendere oder komplexere Versuchsperson könnten Sie finden? Vielleicht haben Sie aber auch vor sich selbst Angst? Sie sind zäh, nicht wahr, Officer Starling? Einigermaßen, ja. Und es würde Ihnen sehr missfallen, sich für gewöhnlich zu halten. Würde das nicht wehtun? Meine Güte. Nun, Sie sind weit davon entfernt, gewöhnlich zu sein, Officer Starling. Sie haben einzig und allein Angst davor. Wie sehen Ihre Steckperlen aus? Sieben Millimeter? Ja, sieben. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Besorgen Sie sich einige lose, durchbohrte Tigeraugen und reihen Sie sie abwechselnd mit den Gottperlen auf. Vielleicht wollen Sie zwei und drei und eins und zwei aufziehen, was immer Ihnen am besten erscheint. Die Tigeraugen nehmen die Farben Ihrer eigenen Augen und die blonden Strähnen in Ihrem Haar auf. Hat jemand Ihnen eine Valentinskarte geschickt? Ja. Wir sind doch schon in der Fastenzeit. Valentinstag ist bereits eine Woche rum. Erwarten Sie welche? Man kann nie wissen. Nein, das stimmt. Ich habe über den Valentinstag nachgedacht. Er erinnert mich an etwas Komisches. Wenn ich es mir so überlege, könnte ich Sie am Valentinstag sehr glücklich machen, Clavis Starling. Wie, Dr. Lecter? Indem ich Ihnen einen wunderschönen Valentinsgruß sende. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Entschuldigen Sie mich nun bitte. Auf Wiedersehen, Officer Starling. Und die Studie? Einmal hat mich ein Meinungsforscher quantitativ zu bestimmen versucht. Ich habe seine Leber mit ein paar Wawabohnen und einer großen Amarone verspeist. Gehen Sie zur Schule zurück, kleine Starling. Hannibal Lecter höflich bis zum Schluss drehte ihr nicht den Rücken zu. Er ging rückwärts von der Schranke zurück, bevor er sich wieder seiner Pritsche zuwendete und sich auf dieser liegend so von ihr entfernte wie ein auf dem Grab liegender Kreuzfahrer aus Stein. Starling fühlte sich auf einmal leer, als hätte sie Blut gespendet. Sie brauchte länger als gewöhnlich, um die Papiere in ihre Aktentasche zurückzustecken, da sie ihren Beinen nicht sofort traute. Starling war von dem Verlangen durchtränkt, dass sie so verabscheute. Sie klappte ihren Stuhl zusammen und lehnte ihn gegen die Tür des Geräteschranks. Sie würde wieder an Mix vorbei müssen. In einiger Entfernung war Barney anscheinend beim Lesen. Sie könnte ihm zurufen, sie abzuholen. Scheiß auf Mix, es war nicht schlimmer, als jeden Tag in der City an einem Trupp Bauarbeiter oder an rüpelhaften Ausfahrern vorbeizugehen. Sie begannen wieder, den Korridor hinunterzugehen. Neben ihr zischte Mix Stimme. Ich hab mir ins Handgelenk gebissen, damit ich sterben kann. Siehste, wie es blutet? Sie hätte Barney rufen sollen, doch erschrocken schaute sie in die Zelle, sah wie Mix mit den Fingern schnippte und spürte die warmen Spritze auf ihrer Wange und Schulter, bevor sie sich abwenden konnte. Sie entkam ihm, registrierte, dass es Sperma, kein Blut war, und Lecter rief nach ihr, sie konnte ihn nicht hören. Dr. Lecters Stimme hinter ihr, das schneidende Schnarren in ihr ausgeprägter. »Officer Starling!« Er war auf und rief nach ihr, als sie weiterging. Sie kramte in ihrer Tasche nach Papiertüchern. Hinter ihr »Officer Starling!« Sie hatte sich nun voll unter Kontrolle und schritt stetig auf das Tor zu. »Officer Starling!« Ein neuer Ton in Lecters Stimme. Sie blieb stehen. »Worauf in Gottes Namen bin ich denn so scharf?« Mix zischte etwas, das sie überhörte. Sie stand erneut vor Lecters Zelle und ihr bot sich der seltene Anblick, den Doktor aufgebracht zu sehen. Sie wusste, dass er es an ihr riechen konnte. Er konnte alles riechen. »Es wäre mir lieber gewesen, wenn Ihnen das nicht passiert wäre, Starling. Unhöflichkeit empfinde ich als unbeschreiblich hässlich.« Es war, als hätte das Begehen von Morden ihn von geringerer Grobheit gereinigt. »Vielleicht erregte es ihn aber auch«, überlegte Starling, sie auf diese besondere Art markiert zu sehen. Sie konnte es nicht sagen. Die Funken in seinen Augen flogen in seine Dunkelheit wie Glühwürmchen in eine Höhle hinunter. »Was immer es ist, verwende es, Jesus.« Sie hielt ihre Aktentasche hoch. »Bitte tun Sie dies für mich.« Vielleicht war sie zu spät dran, er hatte sich wieder beruhigt. »Nein, aber ich mache Sie dafür glücklich, dass Sie gekommen sind. Ich werde Ihnen etwas anderes geben. Ich werde Ihnen das geben, was Sie am meisten lieben, Clarice Starling.« »Was ist das, Dr. Lecter?« »Aufstieg, natürlich. Es entwickelt sich perfekt. Ich bin so froh. Der Valentinstag hat mich darauf gebracht.« Für das Lächeln über seinen kleinen weißen Zähnen hätte es einen beliebigen Grund geben können. Er sprach so leise, dass sie ihn kaum hören konnte. »Suchen Sie in Westpels Wagen nach Ihren Valentinsgrüßen.« Haben Sie mich verstanden? »Suchen Sie in Westpels Wagen nach Ihren Valentinsgrüßen.« »Sie gehen jetzt besser.« Ich glaube nicht, dass Mix es so bald wieder schaffen könnte, auch wenn er verrückt ist. Sie etwa? Einundsechzigstes Kapitel Ein Kellner vom Zimmerservice rollte einen Wagen den tiefen Teppich des Markus Hotel hinunter. An der Tür von Suite 61 blieb er stehen und klopfte mit seinem behandschuhten Knöchel leise an die Tür. Er hob den Kopf und klopfte erneut, um über die Musik von drinnen gehört zu werden. Bach, zwei- und dreiteilige Inventionen, Glenn Gould am Klavier. »Herein!« Der Herr mit der Bandage über der Nase trug einen Morgenmantel und saß schreibend an einem Schreibtisch. »Stellen Sie es an die Fenster. Kann ich den Wein sehen?« Der Kellner brachte ihn. Der Herr hielt ihn unters Licht seiner Schreibtischlampe, legte den Hals der Flasche gegen die Wange. »Öffnen Sie ihn. Stellen Sie ihn aber nicht auf Eis,« sagte er und schrieb ein großzügiges Trinkgeld unten über die Rechnung. »Ich werde ihn später probieren.« Er wollte nicht, dass der Kellner ihm Wein zum Vorkosten reichte. Er fand den Geruch des Uhrenarmbands des Mannes unangenehm. Dr. Lecter war ausgezeichneter Laune. Seine Woche war gut verlaufen. Sein Aussehen machte gute Fortschritte. Und sobald einige kleine Verfärbungen abgeklungen waren, konnte er seine Verbände abnehmen und Passfotos machen lassen. Die eigentliche Arbeit nahm er selbst vor. Gering dosierte Silikonspritzen in die Nase. Im Gegensatz zum Silikongel waren die Spritzen zur subkutanen Injektion und das Novokain verschreibungspflichtig. Diese Schwierigkeit umging er, indem er ein Rezept vom Ladentisch einer geschäftigen Apotheke beim Krankenhaus klaute. Er überdeckte das Gekritzel des rechtmäßigen Arztes mit Schreibmaschinen Korrekturflüssigkeit und fotokopierte das Blankorezept. Das erste Rezept, das er schrieb, war eine Kopie des Gestohlenen und erbrachte es in die Apotheke zurück. Daher wurde nichts vermisst. Der Dummkopfeffekt in seinen feinen Zügen war nicht angenehm und er wusste, dass das Silikon sich verteilen würde, wenn er nicht vorsichtig war. Aber bis zu seiner Ankunft in Rio würde es gehen. Als seine Hobbys ihn ganz in Anspruch zu nehmen begannen, lange vor seiner ersten Verhaftung, hatte Dr. Lecter Vorkehrungen für eine Zeit getroffen, wenn er vielleicht auf der Flucht sein würde. In der Mauer eines Ferienhäuschens am Ufer des Soquana River waren Geld und die Ausweispapiere einer anderen Identität, einschließlich eines Passes und den kosmetischen Hilfsmitteln, die er für die Passfotos getragen hatte. Der Pass wäre inzwischen abgelaufen, doch man könnte ihn sehr schnell erneuern. Da er es vorzog, mit einem großen Tourabzeichen an der Brust durch den Zoll getrieben zu werden, hatte er bereits eine grässlich klingende Rundreise mit der Bezeichnung südamerikanische Pracht gebucht, die ihn bis Rio bringen würde. Er erinnerte sich daran, für die Hotelrechnung lieber einen Scheck auf den verstorbenen Lloyd Wimmon auszustellen und so den zusätzlichen fünftägigen Vorsprung zu bekommen, während der Scheck die Bankmaschinerie durchlief, als eine Amex-Kreditkartenbelastung in den Computer zu speichern. An diesem Abend holte er seine Korrespondenz auf, die er durch einen Postauftragsdienst in London würde versenden müssen. Als erstes schickte er Barney ein großzügiges Trinkgeld und eine Danknotiz für seine vielen Gefälligkeiten in der Anstalt. Als nächstes verfasste er eine Notiz an Frederick Chilton in Bundesschutzhaft, in der er andeutete, dass er Dr. Chilton in nächster Zukunft einen Besuch abstatten würde. Nach diesem Besuch, so schrieb er, wäre es für das Krankenhaus sinnvoll, Ernährungsanweisungen auf Chiltons Stirn zu tätowieren, um Schreibarbeit zu ersparen. Schließlich goss er sich ein Glas des ausgezeichneten Weines ein und schrieb an Clavis Starling. Nun, Clavis, haben die Lämmer aufgehört zu schreien? Sie schulden mir eine Information, das wissen Sie. Eine Anzeige in der nationalen Ausgabe der Times und in der International Herald Tribune am 1. jedes Monats wäre ausgezeichnet. Setzen Sie sie lieber in die China-Mail. Ich werde nicht überrascht sein, wenn die Antwort Ja und Nein ist. Für den Moment werden die Lämmer aufhören. Aber, Clavis, Sie beurteilen sich selbst mit der ganzen Gnade der Kerkerwaage in Thweave. Sie werden es immer und immer wieder verdienen müssen, das gepriesene Schweigen. Denn es ist die Misere, die sie antreibt. Die Misere zu sehen und die Misere wird nie enden, niemals. Ich habe keine Pläne, Sie zu besuchen, Clavis, da die Welt mit Ihnen darin interessanter ist. Vergessen Sie nicht, mir die gleiche Gefälligkeit zu erweisen. Dr. Lecter berührte mit dem Stift die Lippen und lächelte. Ich habe Fenster. Orion steht jetzt über dem Horizont und dichter bei Jupiter, strahlender als es je wieder vor dem Jahr 2000 sein wird. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen zu sagen, wie spät es ist und wie hoch das Sternbild steht. Doch vermutlich können Sie es auch sehen. Einige unserer Sterne sind dieselben, Clavis. Hannibal Lecter Weit im Osten, an der Küste der Bucht, stand Orion hoch am klaren Nachthimmel, über einem großen alten Haus und einem Zimmer, wo ein Feuer für die Nacht gerichtet war, dessen Schein sanft mit dem Wind über den Schornsteinen flackerte. Auf einem großen Bett lagen viele Steppdecken und auf den Steppdecken und unter ihnen mehrere große Hunde. Zusätzliche Hügel unter den Laken konnten Nobelpilcher sein oder auch nicht. Es war unmöglich, dies bei der Raumbeleuchtung festzustellen. Das Gesicht auf dem Kissen, rosig im Schein des Feuers, war zweifellos das von Clavis Starlink und sie schlief fest, süß, im Schweigen der Lämmer.